Ja? Was kommt da denn? Einmal! Geld raus! Geld raus? Nee, Geld raus! Drei Kratzeis! Drei Kratzeis? Ja! Was passiert, wenn ich das nicht mache? Wenn ich die ganzen Tag zeige, dann soll ich meine Knarre raus! Okay, alles klar, ihr kriegt Kratzeis. Jeder eins. Für 100 Euro das Stück, 100 Euro das Stück. Gut, danke!